Hallo, ich bin Michael Dandorfer, Berufsmusiker, Gitarrist und Gitarrenlehrer. Ich sitze hier gerade bei meinem Frühstückscafé, es ist ungefähr halb neun, also Komote-Zeit für Musiker und ein weiterer Tag zu Hause beginnt und ich zeige euch einfach mal, was ich den ganzen Tag so treibe. Ja, in Vormittags mache ich meistens tontechnische Arbeiten, weil ich habe ja ein eigenes Tonstudio und nehme da auch viel auf und da ist es halt in der Früh immer ganz gut, wenn man frische Ohren hat, wenn man gleich diese Sachen sich vornimmt, dass man halt die Frequenzen dann so gut raushört. In dem Fall mache ich jetzt gerade was eigenes, eigenen Song von mir, weil ich nehme zur Zeit ein neues Album auf, aber das ist ganz unterschiedlich. Ich habe halt auch Bands in unterschiedlichster Musikrichtung in meinem Tonstudio und Vormittags beschäftige mir meistens damit, dass ich hier einen schönen Sound einstelle. Ja, momentan bereite ich Unterrichtsvideos vor für meine Schüler, weil wir uns ja momentan nicht treffen können. Persönlich schicke ich einfach jedem Schüler Hausaufgaben zu in Form eines Videos. Ich mache auch ein paar Notizen natürlich dazu. Das sind nur so 10-15 minütige Videos und dann können die Leute halt auch zu Hause direkt mich sehen, wie ich spiele und dieser virtuelle Unterricht ist halt momentan ganz wichtig, weil man kann sich nicht treffen und die Leute haben somit trotzdem was zum Üben. So, jetzt wird es Zeit kreativ zu werden. Ja, ich arbeite im Moment an meinem neuen Soloalbum mit der Akustikgitarre Fingerstyle & More. Ja, und da bin ich ganz fleißig am Komponieren und auch immer wieder am Aufnehmen. Ja, das kann schon mal 5-6 Stunden in Anspruch nehmen am Tag. Kommt immer darauf an, wie die Kreativität und die Muße einen gerade küsst. Manchmal ist es eine Stunde und manchmal sind es 4-5 Stunden. Da geht die Zeit immer rasend schnell. Nun, das wird heute hier bei mir zu Hause aufgenommen. Ja, und da wird es bald eine Scheibe geben. Aber da habe ich ja jetzt schon Zeit hier dran zu arbeiten. So Leute, jetzt ist abends. Es war ein produktiver Tag würde ich mal sagen. Ich habe viel gemacht. Ja, und so wird es jetzt auch ein Weilchen weitergehen. Na gut, trotz Corona arbeite ich ja auch im normalen Leben viel zu Hause und komponiere viel und so weiter. Na gut, ich reise mir jetzt mal ein kleines kühles Getränk auf und schaue mal, was hier online für Auftritte sind. Weil momentan spielen ja viele Musiker auch Live-Konzerte im Internet. Wenn Sie mal was von mir sehen wollen, jetzt könnt ihr ja auf meiner Seite schauen www.michaeldandorfer.de oder auf meinem YouTube-Channel. Da könnt ihr ihn abonnieren. Ja, da wünsche ich euch viel Spaß noch. Bleibt gesund und bis bald. Euer Dante. Ciao. Ciao.